Mein Name ist Markus Thiesen. Ich gehöre zum Management-Team der Compositance GmbH in Lierenberg bei Stuttgart. Mein Traum ist es, dass sich unsere Technologie als ein Standard für intelligenten Leichtbau etabliert und wir dadurch zur Reduktion von Emissionen auf unseren Planeten beitragen können. Die Compositance GmbH bietet Lösungen für die Fertigung von Bauteilen aus Carbon- oder Glasfasern. Diese kommen zum Beispiel in Fahrzeugen oder auch in Rotorblättern von Windkraftanlagen zum Einsatz. Wir bieten basierend auf unserer Fertigungstechnologie Fertigungsanlagen und Software für die Bauteilauslegung an. Unsere Technologie bietet dem Anwender viele Vorteile, sie muss aber in einem Gesamtprozess funktionieren. Insofern war es für uns von Bedeutung früh, mit den anderen Akteuren in dieser Prozesskette zu sprechen, um das Produkt eben so zu entwickeln, dass es da gut reinpasst. Die möglichst frühe Einbindung von Lieferanten und Experten ist wichtig, damit sie nicht am Markt vorbei entwickeln. Das Risiko, das besteht, ist, dass sie etwas neu entwickeln, was es schon gibt. Und das würde natürlich die Entwicklung des Unternehmens aufhalten. In einer Unternehmensgründung sind Mittel immer knapp und diesen Fehler können sie sich als Gründer eigentlich nicht erlauben. Mein Rat an Unternehmensgründer ist es, früh Anwender und Experten mit einzubinden. Das ist ungemein wichtig für den Unternehmenserfolg.